In Gnade liegt Macht für Springwar. Beraten Sie die Menschen anständig, dann arbeiten Sie gerne für Sie. In diesen Angelegenheiten muss man einen Mittelweg finden. Gewähren Sie ihnen einige Freiheiten, solange Sie weiterarbeiten. Eine Machtdemonstration wird Sie zur Vernunft bringen. Hier heulen Sie ein paar Zeltner an. Ich habe noch andere Fragen. Ja, jeder Ratschlag ist mir willkommen. Meine Burgburgtin hat mich wissen lassen, dass Sie einen übeln Ruf haben, dass Sie kanadenlos und grausam sind. Springwar erstarrt. Ich weiß ganz einfach um den Wert von Effizienz. Diesen Bauern müssen Ihren Platz kennen. Sie sind ein gehässiger, grausamer Mann mit mehr Macht, als er verdient. Sie werden dennoch dafür hängen, Springwar wachen, ergreift ihn. Ich habe noch andere Fragen. Ich würde mich dazu gerne mit meinen Leuten beraten. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Springwar tritt ein Geschritte beiseite aus der Hörweite. Arlof, du musst zum Brücken was fest und kreisen und die Leute warten. Ich werde schnell handeln. Arlof verlässt den Saal. Mein Gast bedeutet, er soll zurückkehren. Haben Sie eine Entscheidung getroffen? Na, ich nehme mir irgendwas mal kurz. Arlof ist jetzt gerade auf einer Mission, nehme ich an, da durch. Arlof wurde beauftragt und ich habe wahrscheinlich täuschend gekriegt. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Das einzige, was ich als Paladin wirklich sagen kann, ist, Gnade nehmen zu lassen. Vielleicht hört er ja auch noch einen Ratschlag. Oder auch nicht. Ja, das kennen wir. Also gut, ich höre. Was genau sagt dieser Pöbel? Ja, Gnade liegt Macht. Das scheint mir ein recht sanftes Vorgehen. Irgendwann rüfft die Nase. Wer glaubt, sie hätten gesiegt? Sehen Sie es als Prüfung Ihres Verständnisses. Es wäre ratsam, um Ihren Untertanen zu sprechen, als mit Gewalt zu regieren. Ohne Untertanen herrscht man nur über Felsen und Bäume. Versuchen Sie, Ihnen zumindest ein wenig Respekt zu erweisen. Irgendwann runzelt die Stirn, hat aber einen nachdenklichen Blick in den Augen. Der Prestige hat sich erhöht. Ich gestehe, dass in Ihren Worten etwas Wahrheit liegt. Danke für Ihre Zeit, Fürstin Thalesa. Ich überdenke Ihre Worte auf der Heimreise. Fürst Brüngvar verlässt die Festung. Wie ist der Zustand der Burg? Alles in Ordnung. Du konntest Fürst Brüngvar davon abhalten, gewaltige Maßnahmen gegen die Bauern zu ergreifen. Fürst Brüngvar hat eine Festung verlassen. Ja, und ich habe Prestige erhalten. Was sagt meine Truhe? Die sagt nichts, weil das Geld schon in meinen Taschen liegt. So, dann rasten wir mal. Ja, rasten wir mit Türmen. So, ist es mal wieder Zeittag gewesen. Das heißt, wir machen jetzt noch Ebene 8 fertig. Und dann können wir uns in der nächsten Aufnahme-Session um andere Sachen kümmern. Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht. Was ich halt auch irgendwann mal wieder mal machen möchte, bevor wir nach Zwillingsulmen reisen. Oder eigentlich bevor wir nach Trutzburg zurückkehren. Aber wenn es die Leute wieder langweilen würde, aber das gehört halt dazu, ist mit all unseren... Leuten reden. Was sie sozusagen haben. Weil wir haben ja jetzt alle Charaktere aus dem Hauptspiel. Es fehlt also wirklich, soweit ich mich erinnern kann, keiner mehr. So, wir sind wieder auf Ebene 8 und machen hier drüben weiter. Aber wir sollten aber nicht die Falle hier auslösen. Weil vielleicht haben wir auch Glück. Was sagt denn meine... Ja, in 4 Stunden ist... Das da fertig. Dann können wir nämlich schon... Also ist die... Das sind die Händlerstände, gell? Die ich gerade baue. Ja. Können wir als nächstes dann die Bibliothek... Und ja, unser Prestige und alles, das sammelt sich ganz gut an. Ich glaube... 30 ist das Maximum gewesen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Okay, hier ist ja eigentlich alles sicher. Wir haben nur... Vampire und alles in der nächsten Halle. Sicherheitshalber und Safe. So. Aloh und Turins... Das soll doch hier. So, wo ist der Vampir? Da ist der Vampir. Der kriegt die bösen Sachen jetzt mal auf den Kopf. Dann brauche ich noch eine Seite. Also, das war jetzt der am wenigsten gefährliche, irgendwie, gefühlt. Ich glaube, der war auch gar nicht richtig bewaffnet. Oh Mann, hier gibt es... Achso, das ist nun seine Schatzkammer. Schau da! So, die Falle hat mich verfehlt. Oh, das ist aber schöne Armbrust. 24 bis 35 Schaden. Genauigkeit, wenn das gleiche Ziel ins Verbündeten angegriffen wird. Heilige Macht. Schaden, Genauigkeit. Das ist ein nice Gerät. Diese passierten Steinsäge sind mit Adra ausgekleidet. Die mit Jovem besetzte Kugel im Mittelpunkt des Deckels ist von seltsamen Runen umgeben. Dargul, Skelettkämpfer. Ja, alles mögliche. Übliche. So, der Vampir ist ein Fernkämpfer. Oh. Die! Statt, stick! Begum, the onion! Leparu, beyond seek! gut guter kriegsbogen so damit haben wir eigentlich alle Vampire ausgeschaltet können zu dem anderen Typen zurückkehren so 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 Oh, ich bin einmal außen rumgelaufen. Ich bin hier. Gefräßige kleine Teufel, Sie sind an diesem ganzen Stammassel schuld. Einen allein kann man mit Leichtigkeit töten, aber es gibt einen riesigen Schwamm von Ihnen, der sich durch den Adra frisst. Mein Adra, jetzt gibt es nur noch den Arm. Wie auch immer, Sie werden dich genauso mühelos in Stücke reißen, wie Sie es mit den Kristallen machen. Er hält Ihnen noch müheloser. Zuerst hätte ich aber noch einige Fragen. Ja, ja, ich sagte, dass ich einige Antworten geben würde. Um was geht's denn? Wer bist du? Wollte es seinen Namen wissen, die habe ich schon vor langer Zeit vergessen. Wer wird mich denn hier unten überhaupt rufen? Es gibt nur mich und jetzt noch dich. Nur darauf kommt es an. Ich war mit den Versuchen betraut, die wir nun durchführten. Der Führende, er tippt sich an die Schläfe. Verstand jener Zeit. Bis auf Ort Noah selbst konnte es niemand mit meiner Arkankraft aufnehmen. Er hält Ihnen. Und vielleicht ein paar seiner Berater. Was war das für ein Ort? Oh, viele Dinge. Eins war dies hier unsere Heimat und nur früher ein Ort großer Taten. Er kichert. In den garstigen Kammern da drin wurden eins unglaubliche Entdeckungen gemacht. Uns hat man den Großteil dieser Ebenen überlassen. Natürlich gab es ununterbrochen Bauarbeiten. Er deutete auf den Adra-Arm. Denn natürlich diente alles unserer Arbeit und Noah zum Zweck. Er lacht. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Dutzend Bildhauer, die vorsichtig einen Fingernagel gestalten, Seen wurden auf den Ebenen über und unter uns aus ihren Hüllen gerissen, während Idro seinen großen Rummel um eine Nagelhaut veranstaltete. Welche Art von Experimenten habt ihr durchgeführt? Nun, wir waren mit dem Belang der Seen beschäftigt. Wir alle, weil das auch auf Ort Noah zutraf. Ja, aber schufteten wir dafür, die Trennungslinie zwischen Leben und Tod zu finden und sie weit aufzureißen. Wir versuchten eine Methode dafür zu finden, Seen an ihre sterblichen Gefäße zu binden, um sie an der Überquerung des Schleiers zu hindern. Ich sage versuchten wir, fanden sie natürlich. Ich sage versuchten, wir fanden sie natürlich. Der Verstand von einem Dutzend kluger Leute, alle auf ein Ziel konzentriert. Wie hätten wir sie nicht finden können? Oh, all diese Dinge, die wir lernten. Was für eine glorreiche Zeit. Wir konnten präzise bestimmen, wie eine Seele aufbringen und zersplittern würde. Wir konnten ein Fragment einer Seele vorsichtig in eine andere. Er lächelt angesichts der Erinnerung. Während unsere Gefährten ihre Bemühungen auf Phänomene wie Zerstörung konzentrierten, befassten wir uns direkt mit dem Kernstück der Angelegenheit. Natürlich hatten wir bestimmte Wissenslücken. Ich war bei meinem Vorgehen vielleicht etwas enthusiastisch. Ich dachte, dass es mir vorbehalten sei, einen etwas persönlicheren Versuchsansatz zu entwickeln. Und die Gewissheit kann noch so groß sein, dass Trinken von Gift kann sie nicht zu einer angenehmen Erfahrung machen. Der Tod ist der ultimative Test, musst du wissen. Ist die Seele erst davongeflogen, weißt du, dass du gescheitert bist. Er kichert. Deine Arbeit klingt sehr wie Beseelung. Versuch es ist so großartig. Ich finde es